In der Raumschiff-Enterprise-Folge mit dem etwas umständlichen Namen der Zentral-Nerven-System-Manipulator ist bis heute einer der peinlichsten Fehler in der deutschen Synchronfassung zu finden. In dieser Folge, erstmals ausgestrahlt im deutschen Fernsehen im Jahre 1987 auf Sat.1, spricht Captain Kirk bei Videoschaltung mit der Krankenstation, um sich nach dem Befinden eines Patienten zu erkundigen. Nanu, er bedankt sich bei sich selbst, hören wir uns die Szene nochmal genau an. Tatsächlich, in der deutschen Synchronfassung wurde der Name verwechselt. Im englischen Original bedankt er sich natürlich bei dem Doktor. Bei der digital restaurierten DVD-Fassung wurde dieser Patzer übersehen und nicht korrigiert.